Einfach mal verschwunden ist, gell? In Siegebreak, vor allem die Kids 3, weißt du? Jetzt einfach mal so, äh... Keine Ahnung... Nachfolger rausholen oder keine Ahnung... Ah, guck mal! Hm? What? 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 Pyro? What? It's super Smash Bros. Okay. Pyro? What? Okay. Anstatt Rex kommt Pyro. For real? For real? What? Das kam ja voll unerwartet, okay. Okay. Pyro? Okay, alles klar. Okay, ziemlich cool, was geht. So... Alter! So ein Feuerschwert einfach mal. Von weg... Oh, okay. Ja! Zerstören! Oh! Okay, coole Animation auf jeden Fall. Das geht. Oh, Alter. Das geht. Oh, come on. Oh, oh. Mithra? Let me handle this. Oh, what? Mithra ist auch dabei. Oh, let's go! Okay, voll krass. What? Oh, sehr gut. Oh, nice. Okay. Mithra auch? Okay. Okay. Ist das jetzt die selbe Person dann? Oder Echo-Fighter? Okay. Okay. Okay, was geht Pyro? Mithra? Wer hätte das gedacht? Alle wollten Rex. Weißt du, wenn schon. Jetzt kommt die andere. Okay. Alles klar. Was geht? Oh, what? Okay, ein Schwert, das wie eine Pistole ist. Was zum... Alter. Was zum... Oh, einer voll zu schluss. Okay. Was zum... Okay. Oh, okay. Alles klar. Also ist das so wie Zelda und Sheik damals. Den Super Smash Bros. Für die Wii U und so weiter. Okay. Okay, was geht? For cool. Alles klar, okay. Serial Chronicles 2 Characters. Das ist dann wahrscheinlich die Stage. Was geht? Okay, for cool. Was geht? Okay. Kann ein bisschen überraschend. Warte. Alles klar. Okay. Was für eine Überraschung, Alter. Okay. Okay. Oh, Fire Smash. Lass mal sehen. Okay, Rex kommt dann. Was zum... Ah, okay. So ähnlich wie Ness. Ne, hä? Was zum... Oh! Okay. Okay. Okay, was geht? Wer hätte das gedacht? Alles klar. Shark denkt sich so. Wer hätte das gedacht? Okay. Never expected to see you two again. Wow. Okay. Now that you're in Smash. I won't go easy on you. Mother boy. Let's go. Okay, ist einfach cool. Okay. Okay. Okay, das ist ja voll geil. Alles klar. Let's go. Okay. Okay. Mein Respekt, Sharkboy. Wer hätte das gedacht? Silver Chronicles 2. Alles klar. Okay. Wer hätte das gedacht? Wow. Okay. Okay. Also jetzt wissen wir, wer der neue Smash-Character ist. Also nichts von was ich produziert habe. Oh mein Gott. Toll. Okay. Was geht? So sieht man sich auch wieder nach... Weiß weiß ich wie vielen Jahren? Also September 2019. Ich glaube, die haben nur für sowas Mesh gemacht. So was gemacht. Okay. Was jetzt? Oh. Mario Golf? What? Neues Mario Golf Game. Okay. Das letzte war ja für Nintendo 3Ds, glaube ich, gewesen. Mario Golf Superwash. Aber für die Konsole war, glaube ich, das letzte Mal auf GameTube, ne? Alter, was geht voll cool. Ja, nice. Was geht? Das kann man überraschen. Das war Mario Golf Game. So was. Grafik ist natürlich voll geil. Was geht? Okay. Cool. Alles klar. Okay. Jetzt wo die ganzen Sports Mario Games für die Switch raushauen. Einmal für Mario Tennis Aces, ne? Also das Tennis Game und jetzt die Golf. Ich hoffe, die machen noch Strikers. Dieses Fußball Game von Mario. Das war voll geil. Das würde ich auch extrem feiern. Das ist das einzige, was noch fehlt. Was zum? Oh, guck mal. So wie auf der Wii damals. Mit diesen Wii Sports. Da kannst du auch über Wii Golf dich so bewegen. Aber cool, dass sie das hier rein implementiert haben. Richtig geil. Motion Controls. Okay. Richtig cool. Was zum? Okay. Können die einfach mal her... Was? Hä? Was? Die können hier nur her... Speed Golf? Die können hier herumlaufen? Okay. Oh, was zum? Okay. Da kannst du direkt rennen hinterher. Früher hast du nicht gerannt. Bis dahin. Das war immer automatisch. Das war immer automatisch. So. Oh, was ist das? Oh, so was da. Alter. Okay. Alles klar. Okay. Da bin ich mal gespannt auf das Gameplay, wenn's dann so weit wird. Was? Story Mode? Okay. Was? Story Mode? Achso. Mii Characters? Oh, alles klar. Ja, Rook. Alles klar. Aber ich glaube in den Gameboy Advance gab's da auch so... Neue NPC Characters, die mal spielbar waren. Achso. Wario als Cowboy. Ihr Outfit. Seht ihr das? Das war ja voll witzig. Hab ich ja nicht erwartet. Okay. 25. Juni. Alles klar. Was geht? Wird die cool? Alles klar. Alles wunderschön. Achso. Ist das Mitopia? What? Das war doch für ein 3DS zuletzt. Ist ja voll krass. Okay. Das ist ja witzig. Okay. Hä, ist ja voll geil. Okay. Ja, ja, ja. Ich kenn das von 3DS. Ist ja voll geil. Okay. Was ist eine lustige Überraschung? Mitopia. Wer hätte das gedacht? Ist ja voll witzig. Hätte ich nicht erwartet für die Switch. Okay. Mitopia. Mitopia. Schaffen die das auch Tomodachi für die Switchdown zu bringen? Das ist ja auch voll geil. Weil jetzt würde die halt Mitopia reinbringen. Das ist ja auch voll cool, wenn ihr dann was geht. Voll cool. Mitopia hätte ich das gedacht. Ich dachte das wäre ein 3DS exklusives Game, weißt du, und nicht irgendwie für die Switch. schon so. Okay. Das ist ja was. Mensch. Ja. Ja. So wie damals in den Zelda-Grimms, ne. Heutzutage ist er nur zufälliger Pferde nicht in Poma. Voll dumm. Okay. Cool. Okay. Cool. Okay. Das war eine lustige Überraschung. Kann man auch vorbestellen, Alter. Wie kann man heutzutage auch vorbestellen können. Das geht. Richtig krass. Ja. Cool. Was zum? Achso. Ich dachte irgendwie jetzt ein Cross-Over. Okay. Okay. Alles klar. Was geht. Cool. Alles klar. Cool. 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 Ja, nice. Kann mich erst Mario dann verkleiden. Auf Spaß. Ist einfach cool. Ich erfahre ja dahinten. Ist aber witzig. Okay. Und was? Awesome. Okay. Hä? Ist einfach geil. Hey. Warum versuchen nicht das Mushroom-Kindem zu kreieren? Ist einfach cool. Ja, Pisch macht Selfies. Ist klar. Okay. Was geht. Was geht. Cool. Was geht. Alles klar. Kann man sogar kaufen. Direkt. Okay. Cool. Was geht. Na ist okay. Cool. Also alles mögliche rund um Mario. Was geht. Was geht. Oh. Ist sogar direkt draußen. Na gut. Ah. Okay. Alles klar. Oh. Okay. Okay. Ich bin Eiji Aonuma. Das kam überraschend. Was geht. New zum Sequel. Ja. Auf geht's. Toll. Gut. Okay. Wenigstens. Okay. Wenn das so ist. Das ist alles was du sagst. Oh. What. Hold up. Welches Zelda Game. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hold up. Oh. 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 Warte. Skyward Sword. No way. What. Skyward Sword HD. Yo. No way. Skyward Sword. Holy shit. Yes. Let's go. Voll geil. Hell yeah. Oh. Voll geil. Endlich. Voll cool. Boah. Ist er voll geil. Voll extrem. Hat das 100% durchgespielt. Mit bei euch kennt die Stelle. Wie geil. Yo. Der Boss noch. Wo du. Ja. Ich erinnere mich. Voll geil. Und gehe ich hin genau. Alter. Hell yeah. Let's go. Legend of Zelda. Skyward Sword HD. Yes. Let's go. Voll geil. Boah. Boah. Arogato soimas. Video Nummer. Das war ja voll geil. Skyward Sword HD. Eigentlich mal. Was. Gutes. Für die Zelda Freundschafts bekommen. Mal nach all dem Jahr. Hell yeah. Ist ja voll geil. Nice. Genau. Mit dem. Ja. Ich erinnere mich. Genau. Ist bestimmt mit dem. Ähm. Mit dem. Äh. Ich hab schon die Nacht gegessen. Mit dem. Ja. Richtig krass. Mit den Joy-Cons. Genau. Ey. I see you. I see you. The Joy-Con controller. Genau. Ja. Genauso wie auf der. Mit der V-Fernbedienung. Richtig cool. Voll geil. Nice. Das war das allererste Mal. Dass du das Gefühl hattest. Dass du link warst. Weil halt. Jedes Mal. Wenn du halt. Bewegst hast. deine I-етр.. Deine Wîmeperbedienung. Von der. Das hat Link das genau so getan. Richtig cool. Das war ein Blau und damas evolved vor 10 Jahren. Alter. Heutzetage ist es natürlich nicht besonders wenn man sieht wie alle Buzzawide Fans sind. Aber damals das war voll geil entendkung. Dennis aus submerged in Handheldens antisames zu Ethanams-System. Okay, folgey, 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 okay. Oh, okay, also, oh, mit Buttons kannst du dann auch kämpfen, okay. Haben die optional gemacht, okay. Weil ich habe gehört, da gab es sehr viel Kritik zu Skyward Sword, dass irgendwie Motion Controls, weil alle zu faul waren, ihre Hand zu schwingen, wie die FIFA-Medienung und irgendwie Probleme hatten. Ich hatte keine Probleme, deswegen habe ich nie verstanden, diesen Kritikpunkt. Oh, look at that! Das sieht ja geil aus. Nice. I see you, I see you, vollgey. Ja, ja, das ist das allererste Game in der Timeline, vollgey. Oh, das ist mein zweitlieblings Zelda Game of all times, Skyward Sword, vollgey. Ja, viel Spaß, ne, für alle, die es verpasst haben auf der Wii. 16. Juli, alles klar, let's go, nice, alles klar, let's go, voll cool. Oh, hey, du weißt ganz genau, was danach getan wird. Ich will mir das vorbestellen, das alles wird vorbestellt, auf jeden Fall. Geil, kein Zweifel. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, da hat's noch Sinn gemacht. Warte, ich bezweifle, dass das sind Breath of the Wild-Fans, die hassen alles, wenn's um Zelda geht. Naja, mal gucken, vielleicht lasst uns positiv überraschen. Voll cool, alles klar, vollgey. Richtig cool, feierlich extrem. Okay, nice, okay, cool, haben wir doch immerhin etwas zu Zelda bekommen, hätte ich nicht erwartet, überhaupt Zelda-Nachrichten zu bekommen, wenn schon, dann über den Sequel, aber Skyward Sword, remastered, let's go, in HD. Vielen Dank, Steve. Vielen Dank.